Ich habe ein Lied gemacht über Tomodosola von Giorno und ich komme jetzt hier nach Tomodosola, um einen Aperol Spritz zu trinken. Ich hätte schon eine Tomodosola, um einen Aperol Spritz zu trinken. Ich hätte schon eine Kansion zur... äh... Kvapasiodat. Tomodosola, schöner Ort mit dem Gia, was will ich da? Aperol Spritz gerne da, ja, da, ja, da, ja. Aperol Spritz gerne da, ja, da, ja. Zuerst per Zug durch Lötschberg, Tunnel, dem Wall ist viel beschert. Und dann durch den Simplon, schön ist es in Piermont. Tomodosola, schöner Ort mit dem Gia, was will ich da? Aperol Spritz gerne, ja, 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 ja. Aperol Spritz gerne, ja. Aus dem Kaffee in die Stadt, wo es viele schöne Kaffees hat, kommen zu dem Marktplatz, Zeit für einen Schwarz. Tomodosola, schöner Ort mit dem Gia, was will ich da? Gitarrenständer hingestellt, schaue, wie mein Lied dort gefällt. Will es gern erklären, muss ich so ehren. Tomodosola, schöner Ort mit dem Gia, was will ich da? Aperol Spritz gerne, da, ja, da, ja, da, ja. Aperol Spritz gerne, da, ja. Da, ja, da, ja, da, ja, da, ja. Ist ein gemütlicher Ort, und erklingt man schwöliches Wort. Doch jetzt, Aperol Spritz, Freude aufgeblitzt. Tomodosola, schöner Ort mit dem Gia, was will ich da? Aperol Spritz gerne, da, ja, da, ja, da, ja. Zum Leben gern reflektier, ein schöner Ausflug ist es hier. Fahre weiter ins Dessin, immer gern dorthin. So, das war mein Lied über Tomodosola. Ich weiß nicht, ob es der junge Herr verstanden hat. Ich weiß nicht, ob es dieser Ausflug ist. Untertitelung des ZDF, 2020